Ich wollte ihm eigentlich nachrennen und in den Rücken schießen, aber das ging mir. Ah, jetzt ging es mir auf. Das war meine. Okay, die Waffe ist nicht gut. Ich nehme die AK. Yo Leute, was geht hier so einmal mit Tomori? Wir sehen uns natürlich wieder mit Call of Duty 212 Fire. Mit dabei natürlich wieder der Kevin. Jawohl. Level 34 Prestige 1, oder? Oder bist du schon Prestige 2? Ja, Prestige 1. Okay, ich bin Prestige 0. Schau dir meine Elite-Waffe an. Die goldene. Sieht geil aus. EM1-Pawna. Ja, schau meine an. Die war aber nicht golden. Vielleicht packe ich sie aus. Vielleicht. Aber nur, wenn die Gegner böse sind. Ja. Ich sage, ich habe so eine Stimmungskanone, ne? Laser. Ja, je nach Stimmung verfärbt sich die Farbe, ne? So wie Stimmungsring. Ja, Leute, ich werde mit der MP11 wieder probieren. Wuff. Ja, wuff. Mit der MP11 werde ich es probieren, aber ich kann euch nicht versprechen, wie sich die spielen. Also, ich weiß noch nicht ganz, ich spiele sie erst am kurzen. Ob sie gut oder schlecht ist, das weiß, das wird sich rausstellen, ne? Also, sie ist cool auf kurzer Distanz, sogar besser als die KF-5. Ich habe schon zwei Abschüsse. Fuck. Null. Mir hat einer in den Rücken geschossen. Warum hilfst du mir nicht? Ich versuche, hier klar zu kommen. Ich finde es cool, bei den Türen kommen sie mal rein. Rinn. Oha, nein. Das hätte ich klüger lösen sollen. Der Feind hat Bravo. Der Feind hat Bravo. Na, 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 na. Na, 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 na. Findest du, ich habe eine schöne Singstimme? Ja. Wirklich? Bravo wird gesichert. Wirklich? Vielleicht. Ich würde dir sogar mein Album schenken. Was schenken? Ja. Oder ich würde es dir zum Freundschaftspreis geben. Für nur 40 Euro. Boah. Kauft. Boah. Regulär kostet es eigentlich nur 20, aber weil, was ist der Freundschaftspreis? 40. Das klingt fair. Best of Memento Mori. Feindliche Vorräte kommen. Pass auf. Über dir. Danke. Eigentlich wollte, 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 äh, so ich, nächstes Mal sag ich's dir nicht, weil dann ist es mein Kill. Oh, oh, da kommen gleich welche. Feindliche Drohne über uns. Unsere Drohne ist online. Boah, hier gehst du. Feindliche Vorräte. Äh, ich hab'n Plan. Du hast'n Plan? Nee. Fuck, alter, der hat mich gesehen. Feindliche Angriff Drohne in der Luft. Der Plan war nicht so gut. Nee. Feindliche Drohne über uns. Ich hab'n Kill, aber meine Munition ist verstärkt. Ich wollte ihm eigentlich nachrennen und in den Rücken schießen, aber das ging mir. Ich... Boah, so, es geht bei den Leuten ab. Die sind gut, ne? Die sind gut. System-Hack. Das ist das Geilste, was man sich vorstellen kann, glaub ich. Ja, er hat gewusst, dass ich da bin. Oh, ja. Da hast du gar nichts mehr bei System-Hack, ne? Ja, je nachdem, wie weit das ausgeboten ist. Achtung, links oben kommen gleich. Das ist halt ganz wies, wenn da noch die... Die... Die Exo-Aktionen fehlen. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Sehen... Sehen sie mich? Na, sie hat mich gesehen. Ich hab' mich neben der Leiche hingelegt. Irgendwie ging's mir nicht auf. Asist wenigstens, naja. So, hier geht's ja irgendwo runter in das Rohr, in das komische, ne? Ja, komm mit. Oh Gott. Oh, ich weiß schon. Ah, doch nicht. Ich weiß doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ein... ein Dings drinnen hab. Ähm... Ein Schalldämpfer. Wäre vielleicht nett zu wissen. Fuck! Der hat mich... Äh... Wie nennt man das? Wie? Gequickscoppt hat er mich. Und hat nicht mal meinem Vater um Erlaubnis gefragt. Nicht. Nein. Das ist nicht was hier. So, ich versteck mich jetzt. Ja! Oh, du hast nen nervösen Finger. So, wo geht's da runter? Äh, das ist nicht hier. Ja, da sind ein paar draußen, musst du aufpassen. Ja, komm raus. Wo geht's runter? Nur beim Rohr, oder? Beim Rohr, da kannst du durchlaufen. Ja, aber ich wollte eigentlich reinlaufen in das Rohr, ne? Ah, von dieser Seite. Okay, versteh schon. Hahaha, auf Distanz. Mit einem B-11. Hahaha, die Fresse poliert. Ich treffe grad überhaupt nicht. Ui, 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 ui. So, ich bleib jetzt hier bei diesen. Uff, uff, uff. Ach du, links. Nein! Unsere Drohne ist online. Der Feind nimmt Bravo ein. B, pass auf, da war irgendwo einer. Rette mich! Unsere Drohne ist online. Jawoll. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich glaube, ich war gar nicht so schlecht. Aber ich hab den letzten Abschluss. 10 zu 8. Ja, wenigstens positiv, ne? Ist das Einzige, wo ich mich freue. Wenn's heißt HIV-positiv, da freust du dich nicht. Aber hier, in Call of Duty, da schon. Ach, da darf er sich nicht freuen. Naja. Naja. Blöd. So, jetzt schau' ich die Punkte hier noch ab. Wow. Vielleicht gibt's eine Drohne für mich. Wir sind immer versuchen, zum Reinrutschen, ne? Ja, natürlich. Ich hab die Punkte. Fuck. Ich hasse es, wenn sie sich niederlegen. Kennst du das? Ja, das mach ich aber auch manchmal. Manchmal. Triple Schuss. Naja. Uff. Bin runter. Oh ja, Schätzchen. Hab ich nicht gesehen. Nein. Nicht töten. Fuck, Alter. Hier geht's zu bei mir. Hey, die schießen alle von da oben. Ich kann da gar nicht rausschauen. Nee, ich komm mit der Waffe nicht so weit. Kannst du vergessen. Oh, die Waffe sieht nicht aus. Welche? Meine? Nee, ne modifizierte Version von der ASM-1. Fuck, Alter. Ich muss mir angewöhnen, dass ich schon aus der Hüfte rausschieße, bevor ich anvisiere. Das ist immer das Problem. Ich sehe einen Gegner und visiere an, bevor ich irgendwie, ne? Ja, das Problem haben einige, die ich kenne. Und dann das Springen. Nicht töten. Geh weg. Jetzt sind meine Position alle. Unsere Drohne ist online. Oh Gott, das ist doch so eine Waffe. Welche? Gib her. Gib mir mal eine andere. Welche? Ich hatte gerade so ein komisches Visier drauf. Das ist das komische Zoom-Visier da. Das Boot kommt gleich ein um die Ecke. Zoom-Kunktion. So, wo seid ihr Gegner? So, jetzt geht's still. Jetzt gehe ich still. Achtung, da kommen gleich ein paar, ne? Fuck, Alter. Die sind überall. Ich unterstütze den mal. Nee, doch nicht. Nee, will ich mich nicht unterstützen. Doch, jetzt. Boah, der hat so eine Panzerung. Halt man das Haus rein. Da, da sind zwei offen. Wo? Kann ich irgendwas machen? Ja. Schieße. Stirb! Jetzt verstecken sie sich alle unten, ne? Keine Chance. Verbündete Drohne über uns. Ich weiß nicht, aber so... Ich habe nicht viel ausrichten können, ne? Ja. Geht. Wir haben A verloren! Da war irgendwo einer. Einer. Alpha gesichert. Ui, da kamen zwei, das war unfair. Das fand ich unfair. Alter, da sind welche, da sind welche, hilf mir. Ich bin bei C. Fuck, Alter. Ich sollte nicht draufspringen zu dem, ne? Das darf nicht wahr sein. Ausgeschützt, tu was. Ist das... Feindliche, ne? Nee, der war verbündet. Okay. Gut. Ich habe mich trotzdem versteckt wie ein Mädchen. So, der Feind hat A. So, wo sind hier Gegner? Ach, mein Geschütz ist gar nicht... Ich muss unbedingt mal über das automatische Geschütz einstellen. Wir verlieren C. Wir haben Schaden verloren. Der Feind hat A. Nein! Er hat mich! Diesmal ist eine schlechte Runde, ne? Diesmal ist wirklich eine schlechte Runde. Ja, äh... Oder? Bei mir läuft es. Was? Was war denn das? Spielmacher. Feindliche Vorräte kommen. Pass auf. Was? Feindliche Walken im Orbit. Feindliche Drohne über uns. Hä? Passiere Koordinaten für Vorräte. Okay. Hä? Hä? Was? Hä? Das muss ich nicht verstehen, glaube ich. Aua. Nee, muss nicht. Ich habe gerade meine Vorräte eingesetzt. Und habe Vorräte bekommen dadurch. Wieso? Wieso trifft mich der Schlag, wenn ich im Gebäude drinnen bin? Charlie wird gesichert. Hä? Das war jetzt nur Jesus. Hä? Das war jetzt nur Jesus. Wir wurden besiegt. Ja, Leute, das war eine Niederlage, wie sie im Buch steht. Und diesmal bin ich höchstwahrscheinlich... ...reifer und negativ. Boah, mit der Ball. Die sieht schön aus. Pack, pack. In die Fresse. Nett. Äh, 16 zu 16. Naja, ich war nicht negativ. Ich war normal. Und wie es weitergeht, zu Ihnen in der nächsten Folge haben wir mit dem Marie. Ciao, ciao. Ciao. Oh, diesmal ohne, dass ich was sagen musste. Na, tschuldigung.